Jo, moine Leute, herzlich willkommen zum zweiten Spieltag mit den Predictions der UEFA Women's Champions League Saison 20-23, 24. Spieltag Teil 2 von 2. Los geht's, alle Spiele live auf der Zone. Heute um 18.45 Uhr, BK Häken unterlegt Real Madrid 0-6. Dann Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München, das Ganze geht 1-2 aus für die Münchnerinnen, herzlichen Glückwunsch. Und um 21 Uhr, Aas Rom gewinnen gegen Ajax Amsterdam 3-1 und FC Chelsea gewinnen gegen Paris FC mit 2-0. So, das war's mit den Predictions zum zweiten Spieltag der UEFA Women's Champions League Saison 20-23, 24. Predictions. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lassen. Teil 2 von 2. So lassen, leichter lassen, aber gut kickt. Ciao.